Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 10 News Update. Der lang ersehnte, zumindest für viele von euch, der lang ersehnte Seer Nerf ist endlich da. Und ich gehe mal davon aus, dass er jetzt schon ordentlich reinhaut. Wir haben einiges zu besprechen. Das ist alles, was ich zum Seer Nerf aufgeschrieben habe. Es ist nichts klitzekleines. Aber, und das hat einer der offiziellen von Respawn schon bestätigt, was viele wahrscheinlich gehofft haben, dieser Wallhack, diese offizielle Funktion, dass wir mit der taktischen jemanden durch Wände tracken können, der dann 8 Sekunden gespottet ist und weiterhin durch Wände zu sehen ist. Das wurde leider, muss ich sagen, nicht angetastet. Ich hätte fest damit gerechnet, dass es vielleicht von 8 auf 6 oder 5 Sekunden reduziert wurde. Das ist nicht der Fall. Und es wurde auch begründet, dass es bewusst erstmal so bleibt. Sie hoffen, dass hier jetzt erstmal soweit mit den Nerfs, die ich euch gleich auf dem Firing Range, auf der Firing Range vorstelle, dass die Balance-Geschichten erstmal soweit reichen. Aber sie schrecken nicht davor zurück. Das haben sie auch geschrieben. Sollte das alles, was jetzt passiert, das nicht reichen, dass dann eventuell noch mehr kommen könnte. Glaube aber nicht, dass das dann in Season 10 noch passiert. 3,4 GB waren es auf der Playstation. Ich bin mal gespannt. Und ich fange jetzt einfach mal an. Die passive Fähigkeit als allererstes. Die passive kennen wir. Der Heartbeat-Sensor. Der Heartbeat-Sensor, dieses Pulsieren für einen einzigen Gegner in der Nähe, der kommt jetzt nicht mal alle 1,25 Sekunden, sondern eine halbe Sekunde später, alle 1,75 Sekunden, hören wir diesen Herzschlag. Klingt jetzt erstmal nicht mega aufregend, aber ich denke, in der Masse ist es schon sehr, sehr effektiv, was hier mit Cier passiert ist. Die Field of View in der passiven Fähigkeit, das heißt, das eingeschränkte Sichtfeld oder das Sichtfeld, in der wir Gegner spotten können, wurde von 70 auf 55 reduziert. Was das jetzt in der Realität im Gameplay ausmacht, keine Ahnung. Ich glaube, eingefleischte Cier-Fans werden das wahrscheinlich eher beurteilen können, als ich das kann. Ich würde wahrscheinlich den Unterschied groß nicht feststellen. Und was auch ganz interessant ist, das ist nicht schlecht, aber auch da denke ich, das könnte ein bisschen mehr sein. Und zwar seht ihr hier im Hintergrund dieses blaue Sichtfeld. In Höhe des Dummies habe ich das jetzt. Dieses zeigt euch die Reichweite des Herzschlag-Sensors. Die Reichweite wurde nämlich auch reduziert. Respawn gibt das immer in Units an. Mit den Zahlen können wir allerdings überhaupt nichts anstellen. Deswegen habe ich euch das in Prozenten grob umgerechnet. Ich denke mal zwischen 8 und 10 Prozent Reichweite wurde reduziert, sodass wir Gegner nicht mehr auf so hohe Distanz spotten können. Und lasst mich auch mal in den Kommentaren wissen, allgemein, ob euch die Nerfs reichen. Oder hattet ihr das Gefühl, Mensch, eigentlich war er ganz okay. Jetzt, wo wir die ersten 2-3 Wochen Season 8 endlich weg haben, spielen gar nicht mehr so vieles hier. So nervig ist er gar nicht mehr. Ich jedenfalls bin der Meinung, der Licken muss auf jeden Fall ein bisschen was angetan werden, damit er nicht mehr so belastend ist. Der macht Spaß, aber ist auch gleichzeitig extrem belastend. Wir fangen jetzt an mit der taktischen Fähigkeit. Das ist eigentlich das, was am schlimmsten war. Die taktische Fähigkeit beinhaltete, glaube ich, gleich 6 verschiedene Sachen, die sie konnte. Heftiger als viele Ultis, wie ich finde. Die taktische Fähigkeit zum Ersten, was schon bekannt war, der Flash-Effekt. Eigentlich das, was am harmlosesten ist, von der ganzen taktischen Morde entfernt. Wenn wir die jetzt auslösen, passiert dieser Flash-Effekt nicht mehr. Wenn ihr selber davon betroffen wart, habt ihr so ein weißes Blitzen gesehen, konntet für nicht mal ganz eine Sekunde nichts sehen. Das wurde entfernt. Die 10 HP-Schaden fallen komplett weg. Das habe ich mir fast gedacht, dass genau das passieren wird. Und was sehr interessant ist, auch der Einschlagseffekt passiert 0,2 Sekunden später. Also von 1,4 auf 1,6. Das klingt nicht viel, aber in Summe hast du als Gegner, wenn du das siehst, 0,2 Sekunden mehr Zeit, vielleicht nach links oder rechts auszuweichen und so nicht getrackt zu werden. Also von daher eigentlich keine schlechte Geschichte. Und last but not least... Ach so, stopp. Es gab noch einen Trick, den hätte ich fast vergessen. Es gab einen Trick, in der wir uns mit Zier minimal schneller bewegen konnten. Achtung, ich mache es mal vor, ich muss erst mal warten, bis die Cooldown voll ist oder fertig ist. Wenn wir die taktische Fähigkeit gedrückt hielten und gelaufen sind, da sind wir minimal schneller gerannt. Und das wurde reduziert. Wenn wir das jetzt gedrückt halten, laufen wir sogar 15% langsamer. Auch keine schlechte Sache. Und die ultimative Fähigkeit wurde auch die Cooldown-Zeit erhöht von 90 auf 120 Sekunden. Das war bis hierhin soweit der Siernoff. Wie gesagt, die 3,4, falls ich das noch nicht erwähnt habe, die 3,4 Gigabyte beinhalten auch einige Bugfixes, auf die ich in diesem Video aber nicht eingehen werde. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Daumen da lassen, Abo da lassen, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Und ich hoffe, bei dem einen oder anderen habe ich übrigens für meinen dritten Kanal, den ich mittlerweile aufgemacht habe, das Interesse geweckt. Wer es noch nicht gehört hat, da lade ich regelmäßig kurze Clips hoch von verschiedenen Sachen. Alles auf Englisch, international, keine Anmoderation, kein Blabla und so weiter und so fort. Wenn ihr noch mal reinschauen wollt, würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Wir sind jetzt schon bei fast 350 Abonnenten. Gestern erst den Aufruf gestartet. Also danke, dass dem so viel Folge geleistet haben. Und jetzt halte ich endlich meine Klappe und wünsche euch was. Haut rein. Ciao.